Musik Moin Moin Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Heute ist es wieder leider am Regnen. Deswegen kann ich leider nicht mit dem Quad fahren und deswegen kann ich auch nicht. Was für das Parodie Video aufnehmen, aber machen wir mal, dass die nächsten Tage besser werden. Auf jeden Fall muss ich heute noch joggen gehen, aber davon warte ich glaube ich auch von der Mittag beziehungsweise abends. Was ich jetzt machen wollte, was ich mir schon seit Wochen vornehme, ist ja diese rote Wand, diese rote Wand und die graue Wand hier vorne. Die wollte ich umstreichen und zwar wollte ich die graue hier, die wollte ich weich streichen und die jeweils beiden roten möchte ich in blau streichen. Und dafür muss ich ja den Kleiderschrank da weg machen, damit ich dahinter streichen kann. Deswegen, ich werde jetzt meinen Kleiderschrank ausräumen, ein bisschen aufräumen, aber das ist ja kein Problem. Ich habe hier schon ein paar Sachen rausgelegt vom Kleiderschrank, aber ich meine, so viele Sachen habe ich nicht im Kleiderschrank. Das habe ich mir vor, keine Ahnung, das hat sich mir irgendwann mal gekauft vor ewig vielen Jahren, das ist bestimmt schon wieder über 10 Jahre her oder so. Und danach muss ich noch ein bisschen mehr arbeiten und das war es erstmal und dann sind wir uns gleich wieder rein. Ich bin so weit, dass ich das. Teilweise ausgeräumt habe hier, da unten ein bisschen drin und hier oben schön sortiert schon und hier alles schön sortiert. Lässe ich gleich so drin, das kriegen wir hin. Und hier die Ecke muss noch, obwohl die kann ich dann immer noch sagen, aber sonst ist es frei. Und jetzt muss ich hier noch den Kleiderschrank irgendwie nach vorne rücken oder so. Ich habe es jetzt da unten von der Wand weggezogen, das ging relativ einfach. Und jetzt will ich den hier hinziehen. Mal schauen, ob das genauso gut geht. Wir haben es mittlerweile auch schon wieder nach 1 Uhr. Wir hatten gerade lecker Mittag gegessen und ich habe tatsächlich jetzt dort vorne die Sachen abgeklebt, habe jetzt auf Farbe abgefüllt und werde jetzt streichen. Ich habe gerade noch ganz schnell den Vlog von gestern geschnitten. Er war jetzt nicht so füllend, aber ich habe es total verpennt irgendwie. Jetzt wird es erstmal weiß und dann noch blau. Hier habe ich die Farbe drin, da habe ich Pinsel und hier habe ich so gelbe Säcke zum Schutz halt für meinen Teppich. So Leute, ich bin schon mal so weit, dass ich die eine Wand jetzt ein wenig weiß habe. Einmal drüber streichen und dann kann die andere Farbe schon wieder drüber haben. Das ist ja wie so ein hellblauer. Ich werde jetzt glaube ich einen Hocker nehmen und da oben weiter streichen. Dann kann ich auf der anderen Seite noch streichen. Es ist mittlerweile schon wieder ein paar Stunden vergangen. Wir haben schon wieder abends. Habe ich die Wand ja zum zweiten Mal gestrichen. So, die Wand ist noch nicht ganz trocken, aber ich meine sie ist weiß. Ja, wenn ich da jetzt doch mal mit einer hellblauen Farbe drüber gehe. Deswegen werde ich jetzt auch diesen Vlog beenden, weil ich sowieso nichts mehr mache, außer zu zocken. Jetzt ein bisschen Overwatch zocken und vielleicht noch W.O.W. Und damit ich sage, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen coolen Video und dann bis morgen. Ciao.